Musik Hier am Jakob-Bucker-Gymnasium in Kaufbeuren werden in ein paar Tagen die Abizäugnisse verteilt. Für viele frischgebackene Abiturienten stellt sich dann die Frage, was nun? Normalerweise gehen viele ins Ausland, doch das ist derzeit nur schwer oder gar nicht möglich. Welche Alternativen es gibt für die Zeit nach dem Abi, das sehen Sie nun in unserem Landkreismagazin aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Das Jakob-Bucker-Gymnasium ist eines von zwei Gymnasien in Kaufbeuren. Aber natürlich nur eines von vielen deutschlandweit, bei denen die Verleihung der Abiturzeugnisse ansteht. Stefanie Kühne ist hier Oberstufenkoordinatorin und weiß von ihren Schülern, dass diese direkt nach dem Abitur meist große Pläne haben, wie sie die Zeit bis zum Studium oder auch länger nutzen wollen. Viele werden, wie gesagt, Praktika machen, werden arbeiten, werden auch nur Ferien machen bis zum Studium. Je nachdem, wann sie halt, ob sie direkt im nächsten Semester zum Studieren anfangen oder erst ein Semester später oder sogar ein ganzes Jahr später. Josefine Wendlinger und Gabriel Schmiel haben vor kurzem ihre Abiprüfungen hinter sich gebracht. Eigentlich hatten sie große Pläne für die jetzige Zeit geschmiedet. Eine Reise nach Italien sollte es für Gabriel sein. Diese hat der 19-Jährige gecancelt. Stattdessen engagiert er sich nun im Stadtjugendring vor Ort. Ja, das ist eine Kinderbetreuung, eine Kinderbetreuungsmaßnahme, auch eben Notbetreuung, dass die Kinder in den Ferien auch mal von zu Hause rauskommen, dass sie eben nicht, jetzt saßen ja viele, gerade die Grundschulkinder, sehr lange daheim, dass die eben von daheim rauskommen. Es ist eine Betreuung auf einem recht großen Gelände am Stadtrand. Und da sind die Kinder immer in Gruppen von, also eben Gruppen von 15 Kindern mit jeweils drei Betreuern über eine Woche lang auf dem Gelände. Und da wird eben zu verschiedenen Themen die Woche gestaltet. Josefine wollte an einem kulturellen Freiwilligendienst von UNESCO teilnehmen. In Lateinamerika oder Südeuropa. Doch das wurde erst mal abgesagt. Ja, jetzt genieße ich mal die Vorzüge des Lebens und bleibe erst mal hier. Ich habe dann aber auch, wie gesagt, zwei kleine Reisen geplant mit Freunden, auch ins europäische Ausland. Danach wollte, hatte ich eigentlich schon Pläne, ins Ausland zu gehen und da einen Freiwilligendienst zu machen, einen kulturellen Freiwilligendienst. Das hat sich jetzt aber auch alles erledigt. Und wenn überhaupt was klappt, dann recht spontan und nur in Europa. Na ja, ich gehe schon eigentlich immer noch davon aus, dass irgendwas klappt nächstes Jahr in die Richtung. Es gibt von Europa, gibt es so Solidaritätsfreiwilligendienste. Da habe ich mich jetzt auch bei ganz vielen verschiedenen beworben, die immer so im Herbst stattfinden. Und die finden eigentlich auch alle trotz Corona oder mit Corona statt. Versucht man eben auch, das irgendwie zu meistern. Genau, also ich gehe eigentlich schon noch optimistisch in die Sache rein und habe mir eigentlich so festgesetzt, dass ich ab Oktober nicht mehr hier bin. Im Herbst startet Gabriel ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Schule für Sozialpädagogik. Begleitend, also ich begleite Lehrer in die Schulklassen, bin da eben mit den Kindern drin, theoretisch mal vielleicht rausgehen, irgendwie Aufgaben gesondert, noch mit den Kindern durchgehen oder sowas. Gerade bei den kleineren Kindern, wo ich drin bin, ist es ja noch durchaus, wenn es da Förderbedarf gibt, einfach den Lehrer entlasten, zum Beispiel dann auch beim Mittagessen, bei der Mittagsbetreuung, einfach da sein, achten, dass die Kinder keinen Schmarrn machen oder sowas. Und dann, ja genau eben so, einfach die Lehrer hauptsächlich unterstützen. Wenn es ihm dort gefällt, kann er sich vorstellen, sein zukünftiges Studium danach auszurichten und eine berufliche Laufbahn in dem Bereich einzuschlagen. Josefine und Gabriel starten nun einen neuen Lebensabschnitt, wenn auch anders als zunächst geplant. Dies wird für sie wohl einer der letzten Besuche im Jakob-Brucker-Gymnasium gewesen sein. Janka Stanowski und Franzi Mehl haben ihre soziale Arbeit bereits gestartet. Janka macht einen Bundesfreiwilligendienst im Wohnheim für Menschen mit Behinderung in Kaufbeuren. Franzi macht ein freiwilliges Soziales Jahr in der Förderstätte der Wertachtal-Werkstatt. Heute ist sie zu Besuch im Wohnheim Kaufbeuren. Also ich bin FSJer in der Wertachtal-Werkstatt, besser gesagt in der Förderstätte. Wir haben, wir arbeiten mit schwerstmehrfachbehinderten Erwachsenen und begleiten die so durch den Berufsalltag, dass sie auch lernen, arbeiten, aber unter angepassten Bedingungen. Also wir haben viel Pflege, da wir eben nur Schwerbehinderte haben. Aber wir haben auch viel einfach Fähigkeiten erhalten, Fähigkeiten aufbauen, dass sie zum Beispiel lernen. Die kommen ja mehr oder weniger direkt aus der Schule bei uns. Und dann einfach Dinge weiter ausbauen im Prinzip, dass sie lernen, ein Glas selber zu halten oder so. Auch Zeit mit den Menschen zu verbringen, gehört zu den Aufgaben der Freiwilligen. Für Manfred, Mauro und Jens haben sie sich heute etwas Besonderes ausgedacht. Kegeln steht auf dem Programm. Wie man sieht, macht das den Dreien einen Riesenspaß. Man muss nur in die lachenden Gesichter schauen. Das ist auch das, was Franzi am besten an ihrer Arbeit gefällt. Die freuen sich über die kleinsten Sachen, wenn man sich mit ihnen hinsetzt und was singt oder mit ihnen in den Arbeitsraum geht und Arbeitstraining macht. Über sowas freuen sie sich und da einfach mithelfen. Das ist einfach toll. Für Janka ist der Bundesfreiwilligendienst eine Vorbereitung für ihr Studium. Ab Oktober beginnt sie in München ein Studium für Berufsschullehramt. Danach möchte die 19-jährige Heilerziehungspflege unterrichten. Für mich ist es eigentlich quasi so eine Vorausbildung für mein Studium oder so ein Vorpraktikum. Weil ich studiere ab Oktober und da ist quasi ein Praktikum in diesem Beruf Voraussetzung und beziehungsweise Voraussetzung für den späteren Studiengang. Und das hat sich halt auch einfach angeboten, weil ich viel mit Leuten mit Behinderung zu tun habe. Auch familiär, aber generell ich mag es total gern mit Leuten, gerade mit solchen Leuten zu arbeiten. Und ich wollte einfach auch noch Erfahrungen sammeln. Tatsächlich ist es die Arbeit in der Küche mit den Bewohnern oder auch generell Ausflüge. Leider wegen dem Coronavirus ist jetzt die Ferienmaßnahme ausgefallen. Darauf habe ich mich eigentlich extrem gefreut. Halt mal eine ganze Woche mit denen Ausflüge machen und einfach viel mit denen was zusammen machen. Aber das ist halt jetzt leider ins Wasser gefallen. Arbeiten wie die Körperpflege sind Dinge, an die sich viele bei einem solchen Dienst erst gewöhnen müssen. Die meisten kommen jedoch schnell damit klar. Zu Beginn einer solchen freiwilligen Arbeit werden die Teilnehmenden auch erstmal dafür fit gemacht. Jährlich werden bei der Lebenshilfe und in den Werthag-Tal-Werkstätten im Ostalgäu um die 30 Freiwillige eingestellt. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, einen solchen Dienst zu absolvieren, erzählt uns Johanna Zwick von der Lebenshilfe Ostalgäu. Also wir haben ganz vielfältige Möglichkeiten für Abiturienten und sonstige Schulabgänger. Wir bieten ein breites Spektrum an von Arbeit mit Kindern, mit oder ohne Behinderung. Wir haben zum Beispiel eine neue Kita in Füssen. Dann haben wir das Spektrum Kinder und Jugendliche. Entweder Sozioemotionalität, also das heißt, das ist der Bereich Kinder- und Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit. Wir haben den Bereich Kinder mit geistiger Behinderung, die in Tagesstätten sind. Dann geht es weiter ins Erwachsenenalter. Unsere Werkstätten sind da ganz klassisch aufgestellt. Unsere Förderstätten für Menschen mit schwereren Behinderungen. Dann haben wir die Wohnheime, in denen Menschen mit Behinderung leben ab 18 Jahren. Franzi und Janka sind froh darüber, sich für einen freiwilligen Dienst gemeldet zu haben. Ob als sogenannter Bufdi oder durch die Absolvierung eines FSJ. Ins Ausland zu gehen, steht hoch im Kurs bei den Abiturienten. In einem anderen Land leben, eine andere Sprache lernen. Bei der Arbeit als Au-pair ist das zum Beispiel möglich. Bei unserer Moderatorin Isabel Weidnauer nun lebt ein Au-pair-Mädchen. Wir dürfen die Familie zu Hause besuchen, um zu sehen, wie das Leben als und mit Au-pair so ist. Alona ist 22 Jahre alt und kommt aus Russland. Seit September letzten Jahres lebt sie nun bei der Familie im Allgäu. Eine ihrer Hauptaufgaben ist es, sich um die dreijährige Felin zu kümmern. Sie spielt mit ihr, sie zieht sie auch an, wechselt die Windeln, sie geht Fahrrad fahren, sie holt sie vom Kindergarten ab, sie räumt die Spülmaschine mal aus, bügelt auch ganz toll. Da bin ich auch ganz froh drum. Ja, das sind so die Aufgaben eines Au-pairs. Also ein Au-pair ist keine Angestellte. Sie ist ein Teil der Familie auf Zeit. Eine große Schwester, wenn man so will. Und Felin macht es großen Spaß, mit ihrer großen Schwester zu spielen. Am liebsten draußen im Garten. Die beiden haben sich gern. Job, Haushalt und Kinder lassen sich oft nicht so leicht unter einen Hut bringen. Aus diesem Grund hat sich Familie Weidnauer nun für ein Au-pair-Mädchen entschieden. In vielen Situationen ist das eine große Erleichterung. Also dadurch, dass jemand im Haus ist, den man dann ja rufen kann, wenn mal Not am Mann ist, wenn man mal schnell weg muss, wenn man einen Termin hat zwischendurch oder der einem einfach mal die Spülmaschine ausräumt, auch mal am Samstag mit der Kleinen spielt oder ja, dass wir abends mal zum Essen gehen können. Was kaum vorkommt, jetzt auch mit Corona. Aber auch das ist einfach schön zu wissen, man könnte es. In ihrer Freizeit spielt Alona gerne Keyboard. Zu Hause in Russland hat sie Musik studiert. Das Au-pair ist davon überzeugt, durch dieses Auslandsjahr viel für sich selbst mitnehmen zu können. Die Teilnahme an diesem Programm hat mir sehr viele Möglichkeiten entdeckt und ich kann reisen und lernen. Das ist sehr toll. Ich mache Sprachkurs. Ich spreche mit meiner Lehrerin online. Ja, wir sprechen und Hausaufgaben machen und so weiter. Durch das Leben in Deutschland und den Sprachkurs konnte die Russin sehr schnell Deutsch lernen. Ihr gefällt die deutsche Sprache. Für den Sprachkurs bekommt sie von der Familie 50 Euro pro Monat. Außerdem ein Taschengeld von 260 Euro und natürlich freie Kost und Logis. Krankenversichert wird ein Au-pair auch. Auf die Idee gekommen ist Alona durch eine Bekannte. Meine Bekannte hat ein Au-pair gemacht und das war für mich auch interessant. Und ich habe auch entschieden. Und nach meinem Studium wollte ich ein Au-pair werden in Deutschland. Über eine Agentur wurde dann der Kontakt zwischen der Familie und Alona hergestellt. Bis Oktober wird Alona noch im Allgäu bleiben. Bis dahin ist noch viel Zeit zum gemeinsamen Spielen. Dann suchen die Weidnauer Nons wieder ein neues Au-pair. Und das muss natürlich nicht zwingend aus dem Ausland kommen. Auch ein Allgäuer Au-pair in einer Allgäuer Familie ist möglich. Warum also in Zeiten wie diesen ins Ausland gehen? Auch bei uns im Allgäu ist also einiges möglich. Bufdi, freiwilliges soziales Jahr und Au-pair sind nur ein paar Optionen. Unseren Abiturienten wünschen wir an dieser Stelle eine interessante und spannende Zeit. Bis dann auch für Sie wieder der Ernst des Lebens beginnt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017